hey holle wir hatten ja vorhin gezockt und ich sagte ja dass meine lucky scaf boxen hier voll sind ich war jetzt ein bisschen am verkaufen etwas ausgedünnt das hier das hier ist meine one piece schachtel meine die nicht ein piece ist und dann hier das gute zeugs und wenn du hier siehst ich habe 60 eintragung das sind alles einzeln verkaufte dinge verkaufte sachen ich kann jetzt hier zum beispiel ein rechtsklick auf die zange machen gegenstand suchen sehe ich hier die preise kann ja aktualisieren manchmal wird das direkt immer zack zack alles verkauft und jetzt setzt sich auch ein gebot rein möglichst jetzt hier ein häkchen damit ich mehr gleichzeitig verkauft du hast nämlich kannst du nur zwei sachen gleichzeitig verkaufen oder ein slot ist dann aber für mehrere sachen gleichzeitig das mache ich hier mal 8800 einfach damit das schnell weg geht gucken ich bin der günstigste los 61 so jetzt habe ich hier 61 nachrichten gehe ich mal auf red man die nicht angepinnt habe jetzt könnte ich hier jedes einzelne geld paket rausholen für weiß weiß zange 7000 und akzeptieren nämlich ich klicke hier auf alles nehmen ein haufen kohle holle hier wir haben zwei millionen vier und sagen wir zwei zwei millionen 470 das ist in ordnung gut nach tolle auf dass du bald level 5 zu bist